Dieses abgerissene Vorderrad erzählt von der Wucht des Unfalles, der sich gestern auf der Bundesstraße 217 ereignet hat. Wie die Weser-Bergland-Nachrichten bereits gemeldet hatten, war der 21 Jahre alte Toyota-Sportwagenfahrer zunächst nach rechts gegen die Leitplanke geraten und dann nach links quer über die Fahrbahn geschleudert worden, wo er wiederum gegen die Mittelplanke geknallt war. Wie durch ein Wunder kamen Fahrer und Beifahrer mit relativ leichten Verletzungen davon. Infolge der Aufräumungsarbeiten und der damit verbundenen Vollsperrung kam es zu einem kilometerlangen Rückstau auf der Bundesstraße 217. Der Stau war übrigens auch für manche Feuerwehrkräfte ein Problem, die sich nur über einen seitlichen Feldweg der Unfallstelle nähern konnten. Zur Unfallursache hat die Polizei übrigens noch keine Angaben gemacht. Die Polizei ist in der錯, wie aus�� izے Herab複é.